So liebe Freunde, frisch allen Zwerg heißt es bei Fire Emblem 7 Blazing Sword, die 100 und schlag mich tot, 33. Folge, ich denke mir so, what the fuck, wie lange geht das LP noch, aber es ist bald vorbei, definitiv und ähm ja, letzter Part, sorry, ich hab ja 40 Minuten aufgenommen, ich dummdödel, ja, musste ich halt in zweimal 20 Minuten schnipseln, ne, es tut mir leid, weil dann ist immer keine Verabschiedung und Begrüßung im Part, tut mir sehr leid, außerdem muss man immer irgendwo zwischen meinem Dauergeplapper irgendwo ein Schnitt finden, was gar nicht so einfach ist, aber gut, es wird Zeit, hier erstmal ein bisschen rumzuschnetzeln wieder, und zwar hier gleich, ne, ne, nicht mit Kanonen, muss nicht sein, äh, nein, auch nicht, ne, komm, Stahllenzel reicht aus, Pong, Critical, tschüss, so, soviel dazu, nja, 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 what the fuck, wieso ist es so viel schwächer? Wahrscheinlich, weil Luna keine Anrufskraft hat, aber er hat so gut wie keine Resistenz, die man negieren könnte, daher lohnt sich das gar nicht, denn im Flux und ich bin zufrieden, Pong, tschüss, smut, mhm, kein Level ab, schade, nja, 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 so, was ist es hier, ne, 12, 16, 13, 13, dann würde ich sagen, Bartrick kann mal wieder leveln, nicht wahr? Nja, komm, lass doch mal aus dem Wald rauskommen und dann sind ja bestimmt alles Lanzenfuzzis, ne, ne, Schwerter, eh, na komm, ein Schwertfuzzi wirst du ja wohl aushalten, ne, nimm einfach die Axt, Mann, du machst sie down, du Clown, ich werde ihn verhauen, so, die können aber, ach, die können da gar nicht alle hin, die sind einfach alle zu lahm, na, dann erklärt wieder mal so einiges. Wird den lieben Erkma bitten, hinterher zu stoßen, mhm, äh, stoßen, ja, ja, die sind alle Purvy Purfs, alles mal versaute Menschen, so, ihr könntet eigentlich auch mal langsam ein bisschen, so, aktuell macht sich gerade aber wieder mal ein bisschen Reizhusten breit, finde ich nicht so schön, alles ein bisschen kacke, Mann, so, du hast hier ein Gewitter, finde ich nicht schön, dann kannst du mal gleich für dich verhalten, Kumpel, hier, ne, kannst du mal in Kasachok tanzen, Bon, höh, tot, und massive XP obendrauf, so, ja, eigentlich, ne, ich möchte eigentlich nicht so nah ran, na, guck mal, wie weit die kommen, die alten Schweinehunde, diese Piss, Pissi-Nelken, das finde ich so cool, ne, ne, lass mal, ist mir nicht so, ist mir nicht so recht, ne, kannst du dir mal hier hinstellen, hier, äh, Nils kann mal angetanzen, komm, wenn er Bock hat, kannst du mal bis hier hingehen, oder bis hier, ist mir auch egal, ist mir alles Stulle, Mann, er zockt mit einer Schrulle, ne, nämlich die Schrulle hier, so, ja, kommt da nicht vorwärts, mhm, oh, Zane haben sie auf dem Korn, das könnt ihr gerne versuchen, ach, jetzt schießen sie auf Wiener, na, den treffen sie natürlich, der ist ja auch ein Vollbob, den ich nicht trainiert habe, dit hat man davon, wenn man vortrainierte Einheiten benutzt, Freunde, einmal ein Volltrottel, der sich mein Hector anlegt, nicht so intelligent, aber gibt mir XP, also soll es mir recht sein, Fähigkeiten, auch nicht schlecht, ist okay, so, der nächste, oh, der trifft sogar, wow, krasse Scheiße, oh, der nächste will es wissen, auf Waven, so, einer hast du da übrig, oh, ja, krass, raste aus, mhm, ganz bestimmt, was soll, gelitten, oh, ach, du Scheiße, ja, genau, ja, raste da einfach aus, ja, einfach ausrasten, ne, ist total gut, das finde ich total super, nein, nicht, was zum Fick, was soll denn das jetzt hier, Fick, aber nicht so freundlich, hier, kommt nochmal, überhaupt Verstärkung, und das nicht gerade wenig, ne, na, ist okay, schönes Level Up, ja, geht so, ne, kann man stehen lassen, so, du machst hier wieder ein bisschen Kasachok-Tanzen, Tjussikowski, ein Level Up für Oswin-Nowski, unseren Terminator, Level 10 oder auch immer erreicht, und natürlich ist das ein, naja, ich will jetzt nicht rassistisch klingen, aber ist ein bisschen ein, ähm, ein Oswin-typisches Level Up, das ist jetzt mal auf's Husten-Hals, danke, ich will euch hier sehr verbunden für, so, dann hole ich mir erstmal den hier, Tauen-Kumpel, ja, Critical Eliwood, das war voll lohnenswert, nicht, aber er kriegt sein Level Up, so, da zufrieden mit seinem Level, 12, wow, noch so ein Level Up, was ich sehen lassen kann, nicht, was ist denn hier los heute, so, und ganz ehrlich, das könnt ihr eigentlich hier übernehmen, ne, weil ganz ehrlich, was wollen die euch, ihr Ponys, ihr könnt mal eure komischen fliegenden Ponys vor euch behalten, Level Up verlöhnen, und Level 14, schön, ja, ist okay, gar nicht schmerz-leben, hat mehr stärker als Fähigkeiten, ja, wie laut passiert, ist mir auch noch ein Rätsel, aber es ist allgemein, also die Level Ups hier in dem, äh, One haben sich sehr komisch entwickelt, aber ich habe überlegt, Hector hatte mehr Geschwindigkeit als Stärke, was zum Teufel, sag ich mal, Janisch zu, oder muss ich, ich glaube, Janisch zu sagen, ja, mit 50 Ausweichen ist der gar nicht so schlecht, geht eigentlich, ne, ist eigentlich nicht so, so scheiße, vor allem 15 Defense für den Magier, kann sie ja eigentlich sehen lassen, ne, ist okay, aber warum hat der nur 12 Magie, ist ja mal voll Krüppel-like, hm, aber bestimmt gut als Stuff-Bots zu gebrauchen, naja gut, ihr wisst ja, warte ich von Rino, da habe ich ja schon mal in der Alleywood-Kampagne gesagt, von daher, pff, ne, ist klar, so, ach komm schon, bitte, lass mich einmal spielen, bitte, bitte, Herr Pröpste, kommen die aber alle an, und das will ich eigentlich nicht, ne, so, Hector, äh, machst du Hectorianischen, äh, One-Hat-Kill hier, ne, nö, nö, möchte ich eigentlich nichts, wie Schlägepfiff, oder du machst mal Ditti hier, die eben hier nehmen wir voll auf den Sack, Meisterballist, da hast du auch noch mit Critical-Rate wahrscheinlich, kannst du mal nach Hause gehen, Kumpel, ne, sowas stehe ich ja nicht, dee, 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 la, bla, bla, Factor, der ist 16, und, jo, jetzt sieht man schon mal ein bisschen fairer aus, aber die Geschwindigkeit ist trotzdem mit Capst, und sieht trotzdem irgendwie sehr creepy aus, aber gut, ich beschwere mich nicht, ich freue mich doch über die Geschwindigkeit bei Hector, so, du, du, weil ich gerade was, na, gerade du könntest das hier gerade machen, mit deinem Ultra Spare, du musst hier alle wegfetzen, oh, na, sind mir aber ein bisschen zu viele zum wegfetzen, Man denkt doch, du musst eine ohne Level 15 ein. Ich könnte es heute auch machen, ne? Eigentlich werdet ja mal fair. Der Haken ist, hier oben steht jemand mit Gewitter. Und jemand mit Gewitter steht generell auf jemand mit schlechter Resistenz. Und der mag zwar jetzt mit seinem Speer genug haben, aber wenn ich den jetzt gleich ablege, dann nicht mehr, ne? Denn eine Skogge. Wird natürlich auch mit Candice die Resistenz erhöhen, dann würde es auch gehen. Aber nee, komm, wir nehmen jemanden mit der meisten Resistenz. Und das ist, tschuldigung, aktuell einfach mal Farina. Also Nils, du kommst bis dahin, tschuldigung. Kannst du dich mal hier ins Häuschen stellen und spielen. Dann bist du nämlich echt gut im Ausweichen. Oh, 90 Abo, da sollte noch für sonst hier ein Bullshit dahinter stehen. Hier kannst du mal mit der Eisenhance ein bisschen rumpengeln. Schwing dein Ding, Tschüssikowski. Ein Level up für Farina. Wunderschön, Level 16. Yeah. Krass, Alter, ist total übertrieben irgendwie. War zum Teil. Die hat fast Verteidigung gemaxt. Verteidigung als Pegasus-Ritter ist für mich immer noch eine Bilanz, die irgendwie sehr unrealistisch klingt. Aber hey, gut. Oh, Lünschild mit ihrem Bogen leider. In der Angriffsreichweite von Mr. Kleinpony. Aber hey, gut, da scheißt die drauf. Aber der überlebt den heißen. Nächste Runde. Das ist Kacke. Nächste Runde überleben ist scheiße. Finde ich nicht so cool. So, du bist der Einzelne mit einem langen Bogen. Heißt, du musst dir den da schnappen, weil an den kommt sonst keiner ran, ne? Bong. Tschüss. Das ist mich noch eins hier, weil ich über drei Felder schießen kann. Ihr kennt das. Ich muss ihn halt nochmal doppelt und dreifach erklären hier. Weil ich glaube, die Leute, die jetzt hier zuschalten in der Zeit des Let's Plays, ist eher ungewöhnlich. Hört sich irgendwie nicht so authentisch an. Wenn ich mir gesagt, ey, guck mal, ich hab bei 100 Folge 100, ich weiß irgendwie, sieben uns waren es ja eingeschaltet. Ich hab keine Ahnung von dem Spiel. Erklär mal ein bisschen was. Ja, ganz bestimmt. So, Erk. Na, wen gebe ich denn jetzt? Du bist ja Level 16, du bist ja schon der Hohe. Das heißt, du kriegst den Schwachen. Den da. Burn. Kill it with fire. Holt den Flammenwerfer raus. So, Zane, du. Das ist jetzt nicht mehr so die Level-Up-Bilanz, weil deine Geschwindigkeit und Stärke schon voll ist. Deswegen gebe ich es mal bei Avan. Wenn der den überhaupt schafft. Ja, schön. Meistags. Oh ja, komm. Los, einmal bitte, Freunde. Und wieder mal Animations anmachen. Ich will euch schon noch ein bisschen mal zeigen. Und man ist halt LP vorbei, bald vorbei. Da können wir noch ein bisschen Spiele reinmachen. Ob es noch unnötig in die Länge zu ziehen. Oh, du bist Geldgeil. Ja, ich weiß. Und tschüssigowski. Yeah, geil. Dude, the epic way. Ein Meister-Axt-Critical, wie er im Buche steht. Und ein Level-Up, wie es auch im Buche steht, aber in meinem Buche. Wow, das war ja wieder mal. Da hätte ich jetzt auch was sehen geben können. Fast einen Kinnunterschied gemacht irgendwie, ne? Ist doch blöd. Ihr seid doch beschissen. Mann, ey. Ja, komm, machst du halt hier. Dauernd kriegst du halt hier deine Erfahrungspunkte her. Tschüssigowski, du Löffel. Das ist gut daneben. Was willst du von mir machen? Das ist mein Schwengelmodus zu spüren. Der es nicht sehen lassen kann. Ihr wisst das alle. Na ja, 4XP gehen sie jedenfalls nicht. Das sind auch kleine Flaschen, Mann. So, Seen ist tatsächlich die einzige Anlaufstelle, die sie angreifen können. Wow, die haben echt eine erbärmliche Reichweite. Dann bald die Pferde fritzen. So, der Einzelner ist noch üblich, ist er hier. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass das nicht mehr so lange so sein wird. So, Farina kann nur von einem Mal angegriffen werden. Ist okay. Die zwei nerven mich hier noch ein bisschen, weil die haben ja noch die Riesenreichweite. In Alleywood steht bestimmt in denen drin, erwertet ich mit euch. Jo, einmal und jo, zweimal. Krass, wie weit die schießen können, Alter. Quer über die ganze Map. Müsst ihr euch mal vorstellen. Bis da drüben, das ist die ganze Breite der Maps, können die alle abballern. Och, und hier kommen so ein bisschen der Berge. Wenn man auf die Karte guckt, Jo, ist, 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 ist vier Drittel der Map. Ist überhaupt nicht übertrieben, die Map. Die ist groß und die haben echt so Dinger, die so weit schießen können. Ja gut, die treffen eh nicht, aber das liegt halt an meinen coolen Leveling, ne? Und so, ich nehme mir dein Leben und deine Quintessenz. Du nimmst mir gleich mal was anderes, Alter. Alles zum Wohle meines Meisters. Spoodo Magic, einmal Gewitter auf Farina. Ja gut, sonst trifft man auf 14 Schaden. Kann ich jetzt dreimal wegstecken, bevor ich abkratze. Bis dahin ist deine Witter zehnmal weg, Junge. Mädel. Junges Mädel. So. So, der kommt. Natürlich kommt der an. Mal ja klar, irgendwie, ne? Ich will dich töten. Ja, mit drei Trefferrate würdest du nicht mal null Schaden machen. Gegen einen Pegasus-Ritter. Was hättet ihr nur für Flaschen? Na gut, Farina ist total übertrieben, aber das ist ja außen vor. Jetzt kommen die da echt alle an die Rödelten. Ja, jetzt bin ich ja gespannt. Ich töte dich. Ja, ja, ganz bestimmt. Heike schon bessere Geschichten gehört von meinem Märchenerzähler hier. Bong. Schwengel-Modus. Der es wieder mal nicht sehen lassen kann. Und kein Level-Up. Schade, aber dann kommt der bestimmt noch so ein Opfer, ne? Ja, natürlich kommt noch ein Opfer. Hey, komm her. Ich töte dich. Ja, ganz bestimmt nochmal. Das sind alle hier so irgendwie so... Wozu seid ihr hier? Seid ihr alle so ne... So ne... So ne... So ne Platzhalter. Ja, sie steht etwa nur da, damit... Irgendwie da an der Stelle, wo ihr steht, niemand stehen kann. Ansonsten seid ihr zu nix gut. Zum EXP-Fluss natürlich. Aber gut, der ist auch nicht so gut bei euch. Zur Fähigkeit und Glück, das ist gar nicht mal so schlecht. Garantiert ihm mehr Ausweich und mehr Tritt zum Teufel. Ja, der hat natürlich noch viel bessere Chancen. Ihr würdet dann nicht mal Schaden machen. Heißt, Zane hat eine schlechtere Verteidigung als Farina. Das muss man auf Buch festhalten, ne? Achtung jetzt, Leute. Holt euch einen Zettel. Farina hat mehr Verteidigung als Zane. Hashtag. Ja, so ähnlich. Wow, Ellywood wäre sogar vielleicht getroffen worden. Und hätte sogar Schaden bekommen. Ja, gut, seine Verteidigung ist aktuell auch ein bisschen Quipo. Ein bisschen Quipo-isch. Wachstum auch wieder mal voll. Ja, das war natürlich klar. Hier, 3, 4, ne? Und ein Crit 5 hätten wir, könnt ihr zählen. Wäre wunderschön. 3, 4, 5. Dab, dab, dee. Oh. Na, dein Schwert ist auch nicht gerade besser als das Lanzende. Oh, Critical Subson! Ja, voll durch den Arsch vom Pferd. Eigentlich müsste der Ritter voll überleben. Aber hey, gut. Wir hinterfragen wieder mal nicht die Authentizität eines Videospiels. Das hätte wehtun können, aber gut. Darauf geschissen. Ihr könnt mich mal sonst wo kratzen. Am Poppes meines Pegasus. Guckt euch das an, Alter. Der steht da fast unten, rechts in der Ecke, wisst du? Da, wo niemand sonst steht. Der steht am Ende der Welt. Und der trifft ihn da trotzdem. Das ist aber wohl echt nicht mehr normal. So, liebe Freunde. Ich will aktuell übrigens immer das Steuerkreuz drücken. Also das richtige Steuerkreuz am USB-Controller, weil ich ja vor kurzem noch KB aufgenommen habe. Aber irgendwie, äh, das ist ja nicht einmal Joystick. Die Lalu, da. So, hier scheint nichts mehr zu kommen. So, äh, hier können wir fast auf dem selben Weg verfahren wie vorher hoch. Ja, warum nicht, ne? Tschüssikowski, einmal Langbogen-Action, Snapshot 1 und Snapshot 2. Warte mal, der wie eine riesen Hand hat, wie das aussieht. Krass, aber gut. So, Erk, du machst hier wieder den down. Kill him with fire. Flatten. Burn. Und. Schwab. Flame. Tschüss, Kumpel. Schwut. Hm, kein Level-Up für Erk, schade. Das hätte ich auch noch gerne gesehen. Level 17 Erk, aber wir haben ja vielleicht noch, warte mal, welche Runden haben wir überhaupt. Ih, elf, wir müssen noch neun Runden, müssen wir es schaffen. Komm, einmal noch, bitte. Ja. Schlitz down. Geile Sache, Leute. Und fast noch ein Level-Up, abbegained. Nice one. So. Ich wollte schon mehr Steuerkreuz benutzen, war zum Teufel. So, jetzt machen wir mal hier oben ein bisschen Action. Äh, 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 scheiße. Äh, drei Einheiten, zwei Leute, das kann ich euch hier hin. Du wirst nicht benutzt, das kannst du mal voll vergessen, Kumpel. Du kannst ja deinen XP dir sonst wo hin, ne. Kannst hier woanders fahren. Ich bin nicht. Aber die Herren, die kommen ja alle auch zu Alliwood, wenn er da steht und den tötet, ne. So geht's ja auch, ne. So, dann machen wir doch mal so. Mach ihn mal, da auch mal. Einmal bitte. Oh, Quiddickle. Oh, geil. Voll durchgeklöten. Das tut weh. Genau da, wo es weh tut. Er wusste schon, was es weh tut. Wahrscheinlich, weil er genau weh ist, dass er da selbst nix hat und kennt sich deswegen äußerst gut damit aus, weil er sich belesen hat darüber, ob sein Ding irgendwann mal noch größer wird in seinem Alter. Ist da war die Chance nicht mehr so groß. Ehrlichwood und seine Komplexe. Wow, Quiddickle. Total unnötig, aber ist egal. Lügen kann es einfach. Watt, die viel Erfahrungspunkte. Geben es mal voll über, natürlich. Aber ich hab ja mal gehört, dass die XP-Berechnung, der auf, äh, hart oder auf schwer, halt, in Deutsch, nicht so groß sein soll. Heißt, man kriegt, äh, wenn ich das richtig verstanden hab, wenig Erfahrung. Hab ich nämlich schon mal bei dem wie, äh, ähm, Fire Emblem bemerkt, weil da kriegt man auf normal wesentlich weniger Erfahrungspunkte als auf easy. Level 16 für Raft und das ist wenigstens mal ein schönes Level. Schön. Geil. Mehr davon bitte. Dadel, dadel, dadel. Der hat fast 60 KP. Was zum Teufel. Krass, das ist scheiße. So. Leute, ich hab voll die Schnauze voll von euch und deswegen kriegt ihr jetzt einfach mal meine Lanze ins Gesicht. So. Schön gibt noch ein Level Up für Farina. Sehr geil. Level 17. Und natürlich weiter. Total übertrieben. Noch mehr Geschwindigkeit und noch mehr Glück. Jetzt rastet sie total aus. Weil, wer da sind schon gecapst? Fähigkeit könnte global sogar noch schaffen. 25 ist tatsächlich glaube ich caps bei Pegasus runter, aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Könnte 26 sein. Hm, nee, nee, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall verteidigen können sie noch schaffen. Wäre durchaus würdig, würde authentisch halten. Meine Fresse. War das heute los hier? Hm, 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 hm. So. Zane, du hast jetzt Level 14. Schon mal nicht schlecht. Hector hat Level 16. Ist auch ziemlich gut. Aber ich hätte jetzt echt Spaß dran, an die ganzen Spassis hier da unten zu holen. Das ist das Schöne. Ja, komm, Hector. Ach, nee, da kommt er gar nicht ran. Ach, du Scheiße. Dann müssten die ja echt... Hm, nee, das ist kacke. Ist ja egal, du machst die mit der Axt doch sowieso da unten. Da reicht dir auch ein Eisenschwert, weil du hast ja jetzt ja eigentlich mal annehmbare Stärke. Oh, obwohl, warte mal. Äh, nee, das reicht nicht. Da bleibt ein Kp tatsächlich übrig. Na, das kann ja jetzt echt nicht wahr sein. Nee, das ist ja mal voll nicht korrekt. Nicht schön. Na gut, egal. Es ist wurscht, ist mir scheiße egal, ne? Truffel kackt und so. So, hier unten ist echt ein Schmellos. Hier unten hat Ellie wird nachher für sich in der Tasche. Okay, let's go. Nächste Runde, bitte. Macht mal ein bisschen Lack hier. Oh. Oh, shit. Oh, 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 nein. Wow, das war knapp. Das hätte echt wehtun können. Und die Chance war gar nicht mal so gering. Please stay awake. Hector, awake? Was zum Teufel? Lava, Hector. Juhu, Mensch, ist pretty good, Alter. Oh, schlitz. Erst nochmal richtig schön. Wow, quit. Bam. Das sieht man bei Hector immer nur so ganz lässig. Er zuckt nur mit der Schulter eben an der Hinten. Holt also richtig aus quasi. So, jetzt du, Kumpel, hier. Ah, nee. Okay, Entschuldigung. Bleiben, äh, 3 KP übrig. Ich hab mir mit einem Angriff mehr gerechnet. Schlitz. Achso, wegen Wald. Ja, stimmt. Den Wald hab ich nicht mit eingerechnet. Da siehst du, nobody's perfect. Aber sehr alt. So. Du bist jetzt mal down. Ellie wird nur so. Warte, warte. Schlitz. Und. Step. Ein Level ab für Ellie, äh, Ellie Wutzel. Level 13. Und wieder ein beschissene. Was ist denn hier los? Manche rasten total aus. Manche sind total lame. Ah, und sie schlusset mich heute. Er mag das sehr viel. Bang. Ich muss mich nicht mehrmals wieder ausmachen. Deuter ewig hier. Bom, bom. So, Kumpel, was machst du jetzt hier? Stahllanze. Wie süß. Sollte wirklich schon eine Silberlanze gegen mich parat halten. Ansonsten habt ihr auch schlechte Quoten, ne? Voll durch den Arsch vom Pferd. Satt gemein. Was ist so gegen Pferde, Ellie Wutzel? Ich mag gar seins nicht, auf dem er sitzt. So, Stärke und Resistenz. Ne, gut. Yay. Einmal. Spaß die Mode hier. Und noch mehr Leute. Ey, komm, rast aus. Spiel. Rast einfach aus. Einfach mal ausrasten, ne? So muss es sein, ne? Spiel. Ja, genau. Da stehst du drauf. Don, die, du. Schnar-du-le-dom-li-du. Du hast doch gelitten. Don, die, du. So, nur der kommt da hin. Weißt du, nur einer hat die Quote. Hm. Wenn er denn hier stehen könnte, würde das ja angezeigt werden. Eiste wat, du gehst mal. Was ist denn los heute? Stopp those Reizhusten. Schöne XP für Farina wieder mal. Die ist fast Level 18, war zum Teufel. So. Weil dann kommt wirklich nur der ran, ne? Er nicht. Er nicht. Er ist recht nicht. Und er sowieso nicht. So. Was ist jetzt hier los? Hector, willst du die kriegen noch? Weil dann kriegt er ihnen aber gar nichts. Das wäre unfair. Ach komm, mach mal einfach so hier, du Schnetzelst den Fatzen. Fatz, fatz, fatz. Fatz geht's hier down. Kriegst du ein wunderschönes... Ah, nee. Leider nicht. Aber wir müssen uns halt beeilen, ne? Wir haben jetzt schon eine Runde 12. Ach komm. Zane mischt mal wenigstens hier mit. Jo. Den kriegst du. Huah. Eisenlanzen-Action. Deine Stahlanze. Autsch. Trifft sogar. Arschkeks. Ey, du Arschkeks. Die Krülle aus dem Arsch. Sput. Level up für Zane. So. Ganz ruhig bis in der Meer. Ja. Das ist schön. Ja. Schnieke. Ich hab mehr Trefferrate. Bin ich immer dafür zu haben, ne? Kannst du gerne auch noch ein bisschen Diefens kriegen. Werde ich auch dafür. So. Ja, hier. Eigentlich würde ich's ja echt so machen, aber ich will die Verteidigung, äh, die Verstärkung ja nicht irgendwie abklemmen, weil der wär voll behindert. Criticalception mit Langbogen. Geil. Man kriegt immer noch kein Level ab. Wie scheiße. Bartra wird hier voll unterbemittelt behandelt, voll gemein und so. Ich weiß. Ich bin voll der Böse. Burn. Critical. Wow. Ich hab' den Critical verpasst. Level up und schön. Wow. Das war... Wieder mein Level up, wie es im Buche steht. So. Die reicht sogar, die Eisenachs. Schön, aber macht trotzdem mal Spaß mit der Meisterachs, ne? Oh. Ich wollte schon sagen. Kein Critical. Wär war gemein. Level up und Raven erreicht. Level 15. Na gut. Also, ist okay. Ist okay. Ist schön. Ist derp. Derp, 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 derp. So, hier auch wieder. Das übliche einmal bitte. Ponys töten. Was mach ich denn da? Ich hab' den falschen angegriffen. Ich bin da behindert. Aber gut, Lün kriegt ein Level ab. So, wir gehen also ein Pufzen. Yo. Jauser. Geil. Und Stärke gemaxed. Wow. Und 16 Defense. Wart ist denn hier los? Und Pick up und Lün gar nicht gewohnt. Haha. So. Ja, dann übernimmst du halt. Oder warte mal, du stellst dich daneben und nimmst langen Bogen. Ha. Ich bin so gut. Dann kriegen wir nämlich noch ein bisschen, äh, hier Schmuse-Bonus. Level up. Alle Schnieke. Und Level 17. Ja, ist okay. Mehr Stärke, mehr Fähigkeit. Ist immer drin. Aber ein bisschen mehr Verteidigung und Resistenz könntest du schon haben, ne, Kumpel? Ja, der hat fast 60k HP, weil zum Teufel gnadenlos übertrieben. So. Ja, komm. Obwohl, ich glaube, dann kriegt er nachher kein S-Schwertlevel, ne? Das wäre wiederum echt scheiße. Aber dann haben die eine erhöhte Trefferrate und machen noch mehr Schaden. Das wäre ja eigentlich mal total behindert, wenn man es mal so sieht. Aber jetzt soll ich machen, ne? Rapier verbraten. Hm. Gibt es noch viele berittene Einheiten? Eigentlich nicht. Vom Boss her fällt mir keine einzige berittene Einheiten. Mir fällt noch ein Ritter ein, aber da kenne ich bessere Einheiten als Anywood mit Rapier. Na gut, machen weg. Schut. Geh trotzdem daneben. Alle Schnieke. Kannst du mit deinem Schwert leveln. Mit deinem Lieblingsschwert. Kriegt er vielleicht auch noch Level S. Weil wäre ja auch mal vielleicht auch mal hilfreich, ne? Man muss ja Durkarten halt benutzen. Ich wüsste vorher gar nicht, ob man noch für Level S braucht. Es bleibt wieder mal etwas, was ich in Fireball nicht weiß. Aber YouTube, werdet eh mir bestimmt in die Comments schreiben, ne? Ich kenne euch doch. So. Das lasse ich die bienen machen. Und dann, Leute, würde ich sagen, erstmal leider sind wir noch nicht fertig geworden. Aber gut, die Folge ist lange genug. Damit ihr heute online geht, muss ich ja jetzt ja mich schon ein bisschen sputen. Wir haben noch acht Runden. Das schaffen wir. Das schaffen wir auf jeden Fall. Seht kein Problem drin. Es ist easy going. So, der kommt nicht ran. Haha. Fast, fast, fast. So, Leute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich danke euch heute wieder mal vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir freuen euch auf die nächste Folge. Und bis dahin wieder mal unser übrigens Motto. Also, macht's gut. Haut rein. Tschüss, sich aufs geht und ciao. Tschüss, sich aufs geht.